Die großen Gefühle sind es, die uns zum Menschen machen. Wie Liebe oder Hingabe. Doch Emotionen sind kein Alleinstellungsmerkmal der Spezies Homo sapiens, auch wenn die wenigsten Tiere zu moralischer Entrüstung neigen. Geht es zum Beispiel um Aufzucht und Pflege des Nachwuchses, scheinen viele eine vergleichbare Motivation zu empfinden. Das Repertoire der menschlichen Gefühlswelt ist allerdings sehr umfangreich und manchmal verwirrend. Gemeinhin wird differenziert zwischen Stimmungen, die uns über Tage hinweg begleiten können, und den kurzlebigeren Emotionen. Diese haben bewusste, genauso wie unbewusste Komponenten. Dazu kommen physiologische Aspekte, denn oft reagiert der Körper auf die Situation, zum Beispiel mit einem beschleunigten Puls auf eine dunkle Gasse. Erst mit der bewussten Wahrnehmung können wir die Emotion auch benennen, und das geschieht meist erst später. Dann werden wir vielleicht zugeben, irgendwie wirkte das unheimlich und wir hatten Angst. Dieser unbewusste, motivierende Aspekt der Emotion verkürzt Verarbeitung und Entscheidung. Ihr spart Rechenzeit. Vor allem, wenn es darauf ankommt. Wäre die Bedrohung akut geworden, hätten wir wohl reagiert, ohne darüber nachzudenken und wären so schnell wie möglich gelaufen. Aus diesem Grund lassen sich Emotionen auch als Bewertung einer Situation verstehen. In den Augen vieler Forscher ist Vernunft ohne Gefühl daher nicht mehr denkbar. Ratio und Emotio scheinen keine Gegensätze zu sein, sondern sich vielmehr zu ergänzen. Bei dieser überragenden Bedeutung wundert es nicht, dass viele Strukturen im Gehirn an emotionalen Vorgängen beteiligt sind. Einen entwicklungsgeschichtlich sehr alten Einfluss übt der olfaktorische Kortex aus. Hier sei nur an die Gefühle beim Geruch von Mutters Selbstgebackenem erinnert. Die Amygdala gilt als das Gefühlszentrum schlechthin. Sie durchleuchtet permanent jede Situation auf ihren emotionalen Gehalt und speichert emotionale Gedächtnisinhalte. Emotionen sind nicht nur Kopfsache. Auch der Körper reagiert. Auf den Weg gebracht werden diese Reaktionen primär über hormonelle Botschaften, die im Hypothalamus ausgelöst und von der Hypophyse ausgesandt werden. Auch der Hippocampus, die klassische Gedächtnisstruktur, ist an Emotionen beteiligt. So kommt die Erinnerung an den ersten Kuss selten ohne angenehme Gefühle. Der zinguläre Kortex wird bei Liebe, Lust und Wut aktiv. Der vordere Bereich scheint zusätzlich beim Verständnis der Emotionen anderer eine wichtige Rolle zu spielen. Im präfrontalen Kortex schließlich wird aus den emotionalen Signalen subkortikaler Strukturen das bewusste Gefühl.